Liebe Kolleginnen, lieber Kollege, herzlich willkommen zur Demonstration unseres neuesten Bandes der Herausforderung 7. Ich habe hier sozusagen das erste Druckexemplar in der Hand und kann es, wenn Sie mögen, mit Ihnen einmal durchblättern. Ich tue mal so, als ob Sie den Einführungsfilm gesehen hätten und vielleicht auch den Film zur Herausforderung 5, denn dann sind Sie genau auf dem Stand, den wir jetzt zusammen brauchen. Wir werden nicht alle Kapitel anschauen, sondern auszugsweise, denn ich nehme an, Sie kennen schon ein bisschen was von den Herausforderungen und wissen, wie es läuft. Schauen wir wieder einmal zuerst auf das Inhaltsverzeichnis und wir finden wieder einmal fünf Kapitel und wieder einmal, der Lehrplan ist sich da in sich sehr treu, zwei Kapitel vollgestopft mit Inhalt, zwei Kapitel, wo die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen und dann gibt es als fünftes Kapitel ein Kapitel über den Islam. Das wird uns nachher noch beschäftigen. Zunächst einmal zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Es geht, nicht erschrecken, um Paulus und im Anschluss an Paulus um die ganz alte Kirchengeschichte, Urchristentum, Christenverfolgungen bis zu Konstantin. Das hört sich arg nach Anstrengung an. Und Sie kennen uns ja schon, wir haben uns alle Mühe gegeben, den Schülerinnen und Schülern Brücken zu bauen, damit sie das spannend finden können. Wenn Sie sich das Paulus-Kapitel auf dem Deckblatt mal angucken, ja, das könnte auch im Geschichtsbuch sein, dieses Mosaik von Paulus. Was mir daran so gut gefällt, ist, dass wir hier tatsächlich eine biblische Person haben, der wir ins Gesicht schauen. Wobei es gar nicht mal so sehr darum geht, wie schmal oder wie lang sein Gesicht ist und wie sein Bart aussah und seine Haarfarbe, aber seine Augen. Er erzählt ja in seinen Briefen ganz viel von sich selbst. Und wir können uns diese Figur Paulus relativ persönlich vorstellen. Das ist neu gegenüber allen anderen biblischen Gestalten, die wir bisher kennengelernt haben, in Klammern abgesehen von Jesus. Um diesem Paulus nun nahe zu kommen und vor allem diesem inneren Drang, den er gehabt haben muss bei all dem, was er tat, beginnen wir auf der ersten Seite mit Mitchell. Das überrascht Sie hoffentlich. Mitchell ist einer von den Kindern, über die es einen Dokumentarfilm gibt, bzw. zwei, die Kinder von St. Georg, wurden begleitet in ihrer Grundschulzeit von einem Fernsehteam. Dazu gibt es einen Film, der auch beim Kinderkanal gelaufen ist. Und dann gab es Jahre später einen Film über diese selben Personen, wie sie jugendlich sind. Und einer davon ist Mitchell. Und Mitchell ist im Alter unserer Jugendlichen plötzlich Christ geworden. Und nur diesen kleinen Ausschnitt fanden wir hier interessant als Hinführung zu Paulus. Mitchell hat niemals sich irgendwie interessiert im Religionsunterricht der Grundschule. Er hat es abgelehnt, sich damit zu beschäftigen. Der Jesus war ihm viel zu lieb. Es gibt einen Ausschnitt in dem ersten Film, wo er sagt, dieser Jesus kann ja auch nicht immer gut gewesen sein. Das kann ja gar nicht sein. Der hat auch mal seine Schwestern geärgert. Der war auch mal neidisch auf seine Brüder. Und ein Gebet wollte er nicht schreiben. Und jetzt als Jugendlichen sehen wir ihn hier in dem Gottesdienst seiner Freikirche. Jesus ist mein Number One. Die einzige Erklärung, die wir dafür finden, Emanuel ist mein Ältester, mein bester Freund. Er hat mich überzeugt, an Gott zu glauben. Glaub an Gott, bete, gehe regelmäßig zur Kirche. Na ja, knapp regelmäßig. Dann denke ich, passt das schon. An irgendwas muss man sicher festhalten. Das ist, was er uns sagt. Es ist nicht viel, aber man kann, glaube ich, viel rausholen, wenn man darüber spricht. Mit dieser Mitchell-Seite steigen wir ein auf die Gegenseite. Da steht ein Paulus und der hat auch eine Sprechblase. Und da steht drin, dass er die Christusleute verfolgt hat. Dass er damit gar nichts anfangen konnte. Sie merken die Parallele. Und dass er dann von einem Tag auf den anderen, das ist anders als bei Mitchell, dem Herrn Jesus begegnet ist und seitdem sein Leben verändert hat. Lebensveränderung hier durch den Freund, Lebensveränderung da, durch eine Begegnung, über die wir Verschiedenes erfahren und nichts Genaues. Aber auf einmal haben wir eine Nähe. Und die Schülerinnen und Schüler können hoffentlich gut einsteigen. Trotzdem haben wir gedacht, dieser Paulus ist so schwer, auch in seiner Theologie und so fern in seinem Handeln, dass wir noch mehr Hilfe brauchen, um reinzukommen. Und so haben wir eine Pauline erfunden und einen Peter, die heute Dialoge führen. Über Paulus, denn Pauline hat sich mit Paulus beschäftigt. Das finden sie jetzt vielleicht unrealistisch. Ich auch, aber ich fände es eigentlich gerne realistisch und so kann ich es mir wenigstens vorstellen. Und Pauline und Peter, die kommentieren immer so ein bisschen. Und wir haben so eine Seitenstruktur links, rechts, heute, damals, an die die Schülerinnen und Schüler sich gewöhnen können und sich auf diese Weise an Paulus herantasten. Auch wenn es dann um Freiheit geht, als einen Schlüsselbegriff bei Paulus. Die Schülerinnen und Schüler werden eine andere Vorstellung von Freiheit haben als diese. Paulus im Gefängnis. Daran soll man sich reiben. Und wenn man sich daran reibt, lernt man was über Paulus. Innere Freiheit, äußere Freiheit, ein großes Thema bei Paulus. Ja, ich will nicht mehr verraten. Das Buch ist ja noch ganz neu und ich hoffe, Sie haben jetzt Lust zu gucken, wie das weitergeht. Auf jeden Fall wird einem der Paulus, er ist sogar mir, am Ende ganz lieb geworden. Und das ist schon was Besonderes bei diesem sperrigen Theologen. Wenn es dann weitergeht mit der Urgemeinde, gibt es andere Probleme in der Kommunikation mit den Jugendlichen, denke ich. Zum Beispiel diese Urgemeinde, die sich alle gegenseitig so lieb hatten und sich immer trafen und beteten und sangen und gemeinsam das Abendmahl feierten, die kommen unseren Jugendlichen heutzutage, glaube ich, sehr abständig vor. Vielleicht sogar kitschig. Und wir haben dafür gesorgt mit den Materialien, die wir ausgesucht haben, dass sich dieser Eindruck relativiert. Wir fangen auch hier wieder an mit einem Pfingstgottesdienst heute und zwar mit einem ganz tollen, wo ein Junge mitgegangen ist, weil er das Mädchen mochte, das ihn eingeladen hat und der da tatsächlich erlebt, Familiengottesdienst zu Pfingsten. Das hat ja was mit Geist zu tun. Das hat richtig gut getan. Und über diese Brücke gehen wir dann in die Urgemeinde und kommen da eigentlich ganz gut an. Ich will Ihnen nur mal dieses Bild hier zeigen. Wenn Sie sich ein bisschen Zeit nehmen, werden Sie sich wundern, was man darauf alles entdecken kann. Wir haben zwölf Menschen um einen runden Tisch. Ich sage ganz bewusst Menschen, denn die sind im Grunde weder Mann noch Frau. Schon allein dadurch, dass Sie keine Frisuren haben. Sie haben aber Gesichter. Sie haben Augen. Sie haben verschiedene Mimik. Weiter. Die Gesichter sind alle nach oben gekehrt. Übernatürlich nach oben. Bis auf diesen hier, den sehen wir von hinten. Der ist der Gruppe zugewandt. Und bis auf diese beiden hier, die sind nach außen gewandt. Der eine mit Brot in der Hand, der andere mit einem Licht. Ist das nicht wieder das Doppelgebot der Liebe? Gott lieben, nach oben gucken. Und den Nächsten nach innen gucken, wie dich selbst, nach außen gucken. Ein Bild, mit dem Sie eine ganze Stunde machen können, wenn Sie denn die Zeit dafür haben. Das ist übrigens etwas, was ich Ihnen sagen muss. Die beiden Kapitel, ich habe es schon erwähnt, sind vom Lehrplan her sehr voll mit Inhalten und dadurch sind sie uns sehr lang geraten. Man kann das anders machen. Man kann die Informationen auf zwei Doppelseiten zusammenfassen und den Kindern, den Jugendlichen sagen, lies das, lern das, nächste Probe. Sie kennen uns inzwischen, das schaffen wir nicht, das machen wir nicht. Wir sind der Meinung, dass dieses Wissen dann ganz tot bleibt. Stattdessen haben wir inszeniert, haben wir tatsächlich die Einzelheiten auf je einer Doppelseite inszeniert. Zum Suchen, zum Finden, zum Nachdenken, zum Reden. Damit ist, muss ich Ihnen leider sagen, der Schwarze Peter bei Ihnen. Es ist nichts überflüssig, aber es ist auch nicht alles machbar. Sie müssen sich vermutlich entscheiden, das eine oder andere schneller zu machen, als es hier abgebildet ist und dafür so ein paar Highlights zu finden, bei denen Sie sagen, hier lohnt es sich, hier bleiben wir hängen. Vielleicht bei so etwas wie dem Bild, das ich Ihnen eben gezeigt habe. Das konnten wir Ihnen nicht abnehmen. Tut mir leid. Nein, tut es mir nicht. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf das letzte Kapitel werfen, auf das Islam-Kapitel, denn das war für uns auch wieder eine besondere Herausforderung. Im Lehrplan steht Islam, die wichtigsten Grundlagen. Was gibt es für Feste? Was zeichnet den Islam aus? Was ist der Koran? Wie ist es mit Mohammed? All das, was in der Grundschule vielleicht auch schon mal dran war, soll hier gründlich gemacht werden. Andererseits soll gemacht werden Islam in Deutschland, Islam in der Nachbarschaft. Einzelne Muslime kennenlernen und begreifen, es gibt nicht den Islam, es gibt nicht den Muslim, sondern das ist alles genauso individuell und genauso subjektiv wie im Christentum. Das heißt, wir müssen eigentlich auch entdecken, dass es im Christentum so ist und wir müssen erkennen, dass es im Islam so ist und wir müssen trotzdem einen gemeinsamen Nenner finden. Ja, ich glaube, Sie merken, was Sache ist. Und das Einzige, was uns als Mittel einfiel, um das irgendwie aufzufangen, war, wir brauchen eine Person. Wir brauchen eine Person, die uns das vermittelt. Wir haben Layla erfunden. Das heißt, wir haben sie aus der Realität nachempfunden. Die Tochter einer Deutschen, die zum Islam konvertiert ist und ihr Kind nach dem Islam erzieht. Das hat viele Vorteile. Wir haben die Schwelle etwas niedriger von Deutsch zu Deutsch. Wir haben einen deutschen Islam. Wir haben aber auch durch den Vater von Layla, der Muslim ist und Türke ist, eine Beziehung zurück in einen traditionelleren Islam. Und wir können mit klaren Grenzen hin und her springen. Wir wissen, wenn Layla was erzählt, das ist ihre Version. Wenn Laylas Mutter was erzählt, das ist etwas stärker gebildet. Wenn es über den Opa geht, zu Hause in der Türkei, dann haben wir eventuell einen konservativen Islam. Und dann haben wir ja auch noch die Möglichkeit, im Wörter- und Namenverzeichnis nachzugucken. Da haben wir einen offiziellen Islam. Nicht? Also es ist eine Konstruktion, aber es ist eine Konstruktion, die vielleicht dazu helfen kann, tatsächlich zu merken, wie viele Facetten dieses Thema hat. Außerdem wollten wir gerne, dass der Islam auch mit seiner Schönheit, mit seinem Reiz erfahrbar wird. Zum Beispiel auf solchen Seiten, wo man sieht, wie die kalligrafische Kunst etwas ganz Besonderes ist im Islam und den Wörtern und den Namen Bedeutung gibt, wenn ich keine Bilder habe, werden die Wörter zu Bildern. Das ist etwas sehr Schönes, was mich auch fasziniert, wenn ich mir eine Moschee von innen anschaue oder hier. Da kann man einfach mal staunen und auch vergessen, dass es aktuelle Konfrontationen gibt mit Islamismus und Extremismus, den wir selbstverständlich auch ansprechen und wo wir uns von Lailas Mutter erklären lassen, wie solche Entwicklungen eben nicht direkt aus dem Koran kommen, sondern eher über eine Schleife aus Traditionen, aus missverstandenen Traditionen. Das hat, das muss ich Ihnen auch sagen, in der Vorbereitung dieses Kapitels dazu geführt, dass einige im Team meinten, da wollen wir was gesund beten. Und ich muss sagen, genau das wollten wir nicht, sondern wir wollten einfach auf diesen Facetten Reichtum Wert legen und darauf, dass man den einzelnen Menschen anschaut und nicht das Ganze pauschalisiert. Das ist interessanterweise, und damit kommen wir zum ersten Kapitel, schon das Thema von Anfang an in diesem Buch. Wir machen es auf mit dem Deckblatt einer Blumenwiese. Bereicherung durch Verschiedenheit oder auch Vielfalt, wie es dann im Kapitel heißt. Und wir begreifen, dass das ganze Leben aus bunten Stühlen besteht, die noch leer sind, aber besetzt werden sollen, mit wem auch immer. Und ich muss mit meinem Nachbarn ins Gespräch kommen, mit meiner Nachbarin, um zu verstehen, wie bunt und wie schön diese Welt ist und dass das eigentlich gut so ist. Und ich muss mit meinem Nachbarn ins Gespräch kommen, um zu sehen, wie es dann im Nachbarn ist. Und ich muss